Ja, hallo Leute, hier ist wieder Dara für euch. Ich habe ein kleines Video für euch vorbereitet. Und zwar will ich einfach ein paar Sachen ansprechen. Nummer 1. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ich habe ja meinen Blog umgestellt. Das ist jetzt auf einem eigenen Webspace. Dazu habe ich dann auch noch ein Forum eingerichtet. Und ja, ich würde ja gerne auch den Server, den ich habe, zu einem Public Server machen. Das Ganze kostet Geld, logisch. Momentan ist der Server nicht dafür geeignet, ihn zum Public Server zu machen. Ich brauche also einen neuen Server. Ganz grobe Rechnung wird mit TeamSpeak Server zusammen oder mit Mumble Server, ich weiß noch nicht, ich werde wahrscheinlich Mumble Server nehmen, muss mal so zwischen 40 und 50 Euro im Monat für beides rechnen. Dazu kostet mein Webspace natürlich auch noch entsprechend Geld. Ich habe dazu ja Werbung auf meinem Blog und auch in meinem Forum platziert. Einmal die Sache mit den Google Ads. Google Adsense heißt das. Das sind diese Google Links. Und auf der anderen Seite habe ich dann noch die Werbung über Amazon, wo ihr über Amazon eben irgendwelche Sachen bestellen könnt. Und ich dann eine kleine Provision dafür bekomme. Das Ganze läuft bisher noch nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt also, momentan wird es nicht ganz so einfach mit dem Server. Da ich wahrscheinlich monatlich nicht genug zusammen bekomme, wenn ihr also bei Amazon oder so was bestellen wollt, wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr das über die Links auf meiner Homepage machen würdet. Ich will niemanden dazu zwingen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich würde nach Möglichkeit gerne vermeiden, dass ich Spenden annehmen muss. Ich will keine Spenden von euch. Ich will, dass ihr selber was davon habt. Und wenn ihr wie gesagt eben beispielsweise bei Amazon irgendwas bestellen wollt, könnt ihr ja auch durchaus meinen Link verwenden. Ich bekomme da wie gesagt ein paar Prozent dann vom Einkaufspreis. Und ja gut, wenn ihr auf meiner Seite seid, wäre ich euch auch durchaus verbunden, wenn ihr irgendwie einen dieser Google-Links mal anklicken könntet. Zumindest wenn euch das Zeug, was da eben beworben wird, interessiert. Auch hier natürlich keinerlei Pflicht. Aber wie gesagt, je mehr ich da insgesamt verdiene, desto schneller werdet ihr euren Public Server bekommen. Und dann eine zweite Sache, die mir noch wichtiger ist. Ich würde gerne mit euch eine kleine Aktion starten. Und zwar habe ich seit ein paar Tagen jetzt über 1000 Abos. Und diese Sache würde ich gerne entsprechend mit einem Video feiern, sozusagen. Also ich will ein kleines Abonnenten-Special machen. Und dafür habe ich mir überlegt, werde ich eine kleine Fragerunde starten. Und zwar könnt ihr mir Fragen stellen. Diese Fragen werde ich dann innerhalb eines Videos beantworten. Und für diese Fragen müsst ihr euch in meinem Forum anmelden. Ich werde da einen entsprechenden Beitrag im Forum erstellen und den Link in der Beschreibung dieses Videos platzieren. Und da könnt ihr mir dann eben Fragen stellen, die ich dann in diesem Special entsprechend dann beantworten werde. So, das war es dann eigentlich auch schon. Mehr wollte ich euch gar nicht sagen. Und ja, bitte stellt Fragen. Egal ob es um Minecraft geht oder ob es um Sonstiges geht. Bitte nehmt aber Rücksicht darauf. Ich werde keine stinknormalen Anfänger fragen. Wie baue ich XY oder sowas beantworten. Also, ja, überlegt euch vorher bitte, was ihr für Fragen stellen wollt. Und wie gesagt, schreibt sie dann einfach in den entsprechenden Beitrag in meinem Forum. Ich werde keinerlei Fragen in diesen Videos beantworten, die ihr unter dem Video hier als Kommentar schreibt. Und ich werde auch nicht Antworten nehmen, die ihr in meinem Kanal schreibt. Auch nicht, wenn ihr mir irgendwelche persönlichen Nachrichten schickt. Wie gesagt, ich werde nur die Fragen nehmen, die ihr in diesem Beitrag in meinem Forum entsprechend geschrieben habt. So. Und ja. Das war es dann auch wieder. Also, wir sehen uns dann. Also, ciao.